Einen wunderschönen guten Tag hier aus St. Wendel im Saarland. Von hier habe ich noch nie ein Interview mit ins Netz gebracht. Heute mein erstes Mal und dann auch noch mit meinem Lieblingsprofessor, Prof. Dirk Löhr, ich grüße Dich. Dankeschön, mein Lieblingsmoderator Tom. Wenn ich ökonomische Fragen habe, rufe ich am liebsten immer Dich an. Und heute ist es eigentlich nur ein Besuch gewesen und als wir durch die Stadt gingen, hast Du mich wirklich verblüfft mit Infos über Unternehmen und womit die ihr Geld verdienen. Und ich finde das unheimlich spannend und daher würde ich gleich einfach mal Begriffe nennen, nämlich die Unternehmen und Du erklärst mir, womit die ihr Geld verdienen. Ich war überrascht und Ihr werdet auch unheimlich überrascht sein. Fangen wir gleich an. Wir fuhren an McDonalds vorbei und Du sagst, es sind nicht die Burger. Jeder meint, McDonalds wäre ein Bürgerbrutzler. Ist er auch, aber der Kern des Erfolgs liegt woanders. McDonalds ist eines der erfolgreichsten Immobilienunternehmen, machen ein ganz hervorragendes Immobilienmanagement. Die meisten Standorte sind im Eigentum und der Erfolg beruht darauf, dass sie Unternehmenskonzepte verkaufen an Pächter, aber die Standorte, auf denen die tätig sind, gehören McDonalds. Und so saugen sie auf der einen Seite die sogenannten Franchise-Gebühren, also für das Unternehmenskonzept, aber auf der anderen Seite, und das ist eben das Interessante, eben auch die sogenannten Bodenrenten, also die Erträge aus diesen Standortvorteilen für Ihr Unternehmen heraus. Und das macht sie wesentlich erfolgreicher als andere Konkurrenten, wie zum Beispiel Burger King, die auf diese Komponente verzichten. Nächster Begriff, Aldi-Lidl. Aldi, ein sehr interessanter Fall, was die meisten Leute nicht so richtig auf dem Schirm haben. Aldi gewinnt die Schlacht auf der Einkaufsfront. Warum? Aldi hat eine unwahrscheinliche Marktmacht. Die größten fünf Einzelhandelsunternehmen, darunter auch Aldi, haben rund 80 Prozent oder mehr als 80 Prozent des Marktes inne und können von daher einen unheimlichen Druck auf die Vorlieferanten ausüben und diese im Preis drücken. Und damit können sie im Wettbewerb, in einem sehr harten Wettbewerb, eine Unmenge von Geld verdienen. Und das ist ja eigentlich eine sehr interessante Sache, dass die Herren Aldi, also Albrecht, zu den reichsten Deutschen gehörten. Nummer zwei ist der Herr Schwarz von Lidl, in einem Markt, der einen sehr harten Wettbewerb mit sich bringt. Ja, wie konnte das überhaupt geschehen, dass sie so eine Marktmacht gewinnen? Diese Marktmacht konnte eigentlich nur dadurch gewonnen werden, dass viele Kommunen, Aldi, Lidl und auch noch ein paar anderen, für ein, ich sag's mal grob, Appel und ein Ei Standorte ja fast geschenkt haben. Mit anderen Worten, sie haben große Vorteile gezogen aus einer breiten Abdeckung von Standorten und haben das dann in Einkaufsmacht umgesetzt. Andere konnten das nicht mehr. Walmart versuchte auf den Markt einzudringen. Walmart hatte keine Chance mehr, war alles schon besetzt, weil die guten Standorte waren alle schon weg. Innerhalb von zehn Minuten erreicht jeder heute in Deutschland ein Aldi oder Lidl. Nächster Begriff, beim Rumfahren muss man tanken. Wir waren vorhin bei Shell. Wie verdient Shell das Geld? Du sagst nicht an der Tankstelle. Nein, wir reden immer über Benzinpreisbremse und so etwas. Meines Erachtens ist es Augenwischerei. Also wenn man sich mal die Wertschöpfungskette dieser Mineralölkonzerne anschaut, dann haben wir zunächst mal die Ölförderung und bei der Ölförderung gibt es eben eine Differenz zwischen dem Weltmarktpreis und den Ölförderkosten, die sogenannte Ressourcenrente. Dann haben wir die Verarbeitung, also die Raffinierung der Produkte und am Schluss haben wir die Tankstelle. Bei den Tankstellen verdienen die Mineralölkonzerne kaum etwas. Bei der Raffinierung verdienen sie auch nicht besonders viel. Das meiste Geld, und wir reden hier über bei den größten fünf Mineralölkonzernen über rund 100 Milliarden Dollar pro Jahr, das meiste Geld ist besagte Differenz zwischen den Weltmarktpreisen und den Förderkosten, also die sogenannte Ressourcenrente. Also auch hier ein Ertrag, dem kein Aufwand gegenübersteht. Manchmal wird da zwar jemand in Nigeria geschmiert und tatsächlich haben Leute den Aufwand. Das sind dann aber arme Bürger, die mit den dort schlechten Verhältnissen, die nicht zuletzt durch diese Konditionen, Umweltverschmutzung usw. erzeugt wurden, zurechtkommen müssen. Telekom. Telekom, auch ein sehr interessanter Punkt. Und Telekom, also ich habe hier, um vielleicht mal, ich will nicht ausweichen, aber vielleicht gehen wir es mal so an. Ich habe hier eine Werbung von Kabel Deutschland. Kabel Deutschland sagt, sie können uns 100 Megabits, so heißt das, pro Sekunde ins Haus schicken. Davon träumen sie wohl, das können sie nicht. Das ist aber nicht die Schuld von Kabel Deutschland, das ist die Schuld der Telekom. Warum? Telekom hat mit viel Geld des Steuerzahlers ein Kupfernetzwerk gelegt, damals noch zu Zeiten, als Telekom noch in staatlicher Hand war. Dieses Kupfernetzwerk, das ist sozusagen hier die letzte Meile in die Haushalte hinein. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Breitbandausbau schreitet aus bestimmten Gründen nicht voran, die auch eng damit zu tun haben. Aber der Witz ist jetzt, wir haben Breitband, wir sind schon einigermaßen weit an vielen Stellen und viele Unternehmen können sich auch darauf berufen, dass sie hier eine gute Performance bringen können. Nur sie kommen nicht durch die letzte Meile. Wir haben eine Schmalspur, wir haben überall Breitband usw., aber wir haben die Schmalspur auf der letzten Meile. Da sitzt Telekom und Telekom kassiert bei diesen Engpässen schön ab. Eine wunderbare Monopolposition, die mit einer Marktwirtschaft überhaupt nichts zu tun hat. Hörre, es geht ja weiter. Microsoft, wie machen die ihr Geld? Microsoft ist eine ähnliche Geschichte wie unser Bürgerbrutzler. Microsoft arbeitet mit Land, allerdings mit virtuellen Grundstücken. Diese virtuellen Grundstücke heißen Patente. Microsoft ohne Patente wäre nicht vorstellbar. Letztlich können sie mit geistigen Eigentumsrechten, also Patenten, all das machen, was man mit Grund und Boden auch kann. Man kann ökonomische Renten kreieren, das heißt, man kann Erträge erzielen, ohne dass irgendein Aufwand dagegen steht. Den Aufwand hat meist die öffentliche Hand, zum Beispiel Hochschulen usw. Man kann auch andere blockieren. Viele halten sich Patentportfolios, nur um andere Wettbewerber auszuschalten usw. Gar nicht, um diese Patente zu nutzen. Also sie können mit Patenten all das machen, was man im Prinzip mit Land auch machen kann. Und das ist die Erfolgsbasis von Microsoft. Jeder weiß, Microsoft, die Performance beruht nicht darauf, dass sie bessere Produkte haben. Nein, sie haben die starke Marktposition. Diese Marktposition haben sie aufgrund von Privilegien. Was mich total überrascht hat, und das konnte ich mir erst gar nicht vorstellen, Lufthansa. Womit verdient die ihr Geld? Lufthansa, das ist eine ganz interessante Geschichte. Lufthansa, jeder meint, das hat nichts mit Land zu tun. So eine abgehobene Industrie, eigentlich die abgehobenste von allen. Nein, Lufthansa, man muss sich auch vorstellen, wir haben hier Grundstücke. Grundstücke haben drei Dimensionen, Länge, Breite, aber auch Höhe. Lufthansa überfliegt uns die ganze Zeit. Zahlen Sie dafür? Das ist eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, sie haben auch sogenannte Zeitnischen, insbesondere auf sogenannten koordinierten Flughäfen. Das heißt, Flughäfen, wo es Engpässe gibt bei Starts und bei Landungen. Und da gibt es gute Zeitnischen und es gibt schlechte Zeitnischen. Die etablierten Fluggesellschaften haben in der Regel gute Zeitnischen inne. So eine Zeitnische kostet viel Geld. Man kann die verkaufen als Fluggesellschaft und kriegt dafür, wenn man sie denn verkauft, viele Millionen Euro. Also es wird geredet, dass so eine Zeitnische, wenn sie denn gut ist, rund mal 40 Millionen Euro wert sein kann. Und dass der Wert der Zeitnischen dieser großen Fluggesellschaften bequem den Wert der Flugzeugflotte überschreiten kann. Die spannende Frage ist jetzt, Sie haben hier so einen hohen Wert dieser Zeitnischen. Einfach deswegen, weil man eben ökonomische Vorteile hat gegenüber den Tagesrandlagen, wo man nicht so einen guten Gewinn machen kann. Und die große Preisfrage ist, wie werden denn eigentlich diese Zeitnischen zugeteilt? Was zahlen die eigentlich dafür? Sie zahlen so gut wie gar nichts. Sie bekommen das geschenkt. Und wer dann zahlt für das Loch, das da in der Staatskasse entsteht im Gegenzug, das ist die Allgemeinheit der Steuerzahler. Die werden zur Kasse gehen. Ohne die jetzt genannten kann ich das leider nicht abschließen. Die vier großen Energiekonzerne. Ich gehe die Frage vielleicht mal anders an. Jeder weiß von Bauern, die, wenn sie Landwirtschaft betreiben oder ihren Acker vermieten oder verpachten, pro Jahr vielleicht 300, 500 Euro pro Hektar erzielen können. Haben sie ein Windrad draufstehen, können sie vielleicht 30.000 oder 50.000 Euro pro Hektar und Jahr erwirtschaften. Diese Differenz ist auch wieder eine Rente, eine ökonomische Rente, eine Bodenrente, die mit der Umnutzung dieses Bodens zusammenhängt. Genauso ist es auch mit beispielsweise Braunkohlekraftwerken. Was die großen Energieerzeuger verdienen, also RWE, Vattenfall, E.ON, ENBW, mit diesen sogenannten Grundlasttechnologien wie Braunkohle, AKWs und so weiter, das sind im Prinzip nichts anderes als Bodenrenten. Warum sind es Bodenrenten? Stell dir mal ein Braunkohlekraftwerk vor. Kann das überall stehen? Nein, es kann nur in bestimmten Standorten stehen. Warum? Ein Braunkohlekraftwerk braucht in der Nähe Braunkohle als Ressource, sonst kann es nicht arbeiten. Es wäre gut, wenn ein Verbrauchsschwerpunkt in der Nähe wäre. Es wäre gut, wenn eine Autobahn, eine Stromautobahn in der Nähe wäre. Es wäre auch noch gut, wenn eine Eisenbahn in der Nähe wäre. Es wäre auch noch gut, wenn ein Fluss für Kalk-Sandsteinmehl in der Nähe wäre. Da gibt es so ganz wenige Standorte. Diese wenigen Standorte haben diese vier Großen wiederum für ein Appel und ein Ei fast geschenkt bekommen als Wirtschaftsfördermaßnahme. Die Gewinne ziehen sie ein. Die Verluste, die damit zusammenhängen, werden zu einem großen Teil auf die Allgemeinheit abgewälzt. Und wie gesagt, was sie da einbeziehen aufgrund der Knappheit der Standorte, das sind letztlich nichts anderes als Bodenerträge, die damit zusammenhängen, dass diese Standorte ganz besonders sind. Und im Übrigen auch noch, sie verspritzen ja auch noch die Umwelt. Umwelt, da nehmen sie auch noch mit der Atmosphäre eine Ressource in Anspruch für fast frei. Also die CO2-Zertifikate werden zu einem Tarif derzeit angeboten, der viel zu gering ist, damit wir das 2-Grad-Ziel erreichen können. Auch hier werden wieder Kosten massiv auf andere abgewälzt. Ich merke gerade, wir könnten endlos weitermachen. Was ist das Muster bei all diesen Fehlentwicklungen aus deiner Sicht? Das Muster bei all diesen Fehlentwicklungen ist, dass es bestimmte Vermögenswerte gibt, die kann man sehr schlecht vermehren oder ersetzen. Das ist früher mal Land gewesen. Die klassischen Ökonomen haben Land verstanden in einem ganz breiten Sinne. Also die haben damit auch Wasser, Luft und so weiter mit einbezogen. Heute würden wir sagen, wir müssten auch nachgemachte Wirtschaftsgüter wie eben geistige Eigentumsrechte, die Land eigentlich nachgeäfft sind, mit einbeziehen. Diese Vermögenswerte werden heutzutage schlicht und ergreifend okkupiert von bestimmten mächtigen Gruppen. Und da werden Monopolerträge gezogen. Damit sind wohl Kosten verbunden, aber die tragen nicht die Nutznießer dieser Monopolerträge. Die werden abgewälzt auf schlecht organisierte Gruppen, in der Regel die Allgemeinheit, in der Regel den Steuerzahler. Kann man irgendwie dagegen vorgehen? Es hört sich nach unheimlich viel Macht an, die da gut organisiert ist. Wie kann man da als Bürger dagegen vorgehen? Ja, wir müssen uns erstmal das bewusst sein, was da passiert. Und wir müssen natürlich auch versuchen, Aufklärungsarbeit zu machen. Diese Aufklärungsarbeit machst du mit deinen Videos. Und wir müssen eigentlich noch viel mehr davon machen. Wir müssen es publik machen. Wir müssen diese Muster herausstellen, dass sie möglichst viel Menschen bewusst wird, dieses Muster. Und wir müssen gucken, dass wir diese Ungleichgewichte, es hat immer etwas damit zu tun, und dass wir eine soziale Asymmetrie haben, dass wir diese soziale Asymmetrie stoppen. Das geht einmal dadurch, dass wir diese Renten, die letztlich eine Leistung, entweder eine Inwertsetzungsleistung durch die Allgemeinheit sind oder eine Verzichtsleistung durch die Allgemeinheit sind, dass wir diese Renten auch zugunsten der Allgemeinheit wieder abschöpfen. Das ist eine Sache. Und dass wir auch versuchen, diese knappen Ressourcen, dieses knappe Land, diese nicht vermehrbaren Gegenstände, dass wir versuchen, die besser zu verteilen, als das heute der Fall ist. Ich höre von dir immer, es gibt gut organisierte kleine Gruppen und eine schlecht organisierte Masse. Wie meinst du das? Ja, bestimmte Interessengruppen, also dazu zähle ich den Chef der Deutschen Bank und so weiter, die haben im Zweifel sogar die Telefonnummer von Angela Merkel. Du und ich, wir haben sie nicht. Es ist so, wenn man einen, das hat schon der amerikanische Ökonom Tullock, kein Revolutionär, gesagt, es ist sehr einfach, eine homogene, kleine und auch finanzstarke Gruppe zu organisieren. Es ist sehr schwer, eine große Gruppe mit sehr viel heterogenen Interessen und die dazu doch finanzschwach ist, zu organisieren. Ja, dann wünsche ich uns viel Glück und bedanke mich bei dir für dieses Gespräch und wir sehen uns bald wieder. Ich danke dir, Tom, im sonnigen Saarland, hoffentlich. Dankeschön für die Gastfreundschaft und ich danke auch euch, meine lieben Apodenten, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dankeschön. Ja, super. Ich bin richtig dabei. Ja, dankeschön, war schön hier bei euch. Jetzt hast du mir verraten, wie es mit McDonalds und so ist, womit ihr Geld verdient, dieser Poroschenko jetzt. Schokolade? Nein, nicht nur Schokolade. McDonalds, nicht nur Burger. Lufthansa, nicht nur Flugzeuge und Poroschenko, nicht nur Schokolade. Dankeschön. Tschüss.